so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen magitex adventskalender video und zwar heute türchen 21 und 22 ich hatte leider keine zeit gehabt um das video zu machen für den 21 tut mir echt leid deswegen kommt es heute mit dem 22 hinten nach ich hoffe ihr seid noch nicht böse darüber aber so war es dann halt heute grüße ich wieder die neuen abonnenten und heute haben wir glaube ich wieder zwei und zwar hier der paul ickelsheimer und der carsten der ronaldo messi hier die anderen waren alle schon abonnenten bei mir also ihr braucht nicht noch mal zu deabonnieren und zu abonnieren das bringt euch überhaupt nichts weil dann werdet ihr nicht gegrüßt weil es unfair zu den anderen und ja so da ich denke mal wir öffnen jetzt mal erst türen 21 dann machen wir es halt so zack manche gehen immer wieder zu oder manchmal mal hätte es vergessen aber ist es ja nicht wir haben eine club 100 und zwar philipp max schöner oben so abwehrspieler marktwert 15 millionen alles klar abwehr 100 ist ja klar club 100 angriff 63 hat die karten nummer 25 game und dann haben wir hier noch ein bundesliga moment und zwar pabel kaderabek von hoffenheim der andere war von augsburg und da haben wir einen abwehrspieler 6 millionen marktwert hat 74 abwehrwert und 52 angriffswert und hat die 171 als karten nummer so das waren die zwei karten aus tischen nummer 21 jetzt öffnen wir noch 22 heute ist hier der 22 öffnen wir das mal und wir haben wieder zwei karten und zwar haben wir diesmal bundesliga moment konoplyanka von schalke da grüße ich mal hier den kohle wieder mittelfeldspieler 7 millionen marktwert abwehrwert 46 und angriffswert 78 das ist die karte nummer 297 und dann haben wir hier noch normale base karte und zwar nicolai müller von frankfurt mittelfeldspieler 5,5 millionen marktwert 49 abwehrwert und 72 angriffswert hat die karten nummer 111 ja das waren dann die zwei karten aus tischen 22 ich wollte noch mal die aus 21 21 und hier 22 ja noch zwei türchen und dann haben wir es geschafft und da haben wir heiligabend ja dann sage ich mal alle schön nach oben für dieses video würde ich mich sehr darüber freuen und falls du gegrüßt werden willst dann abonniere meinen kanal nicht noch mal deabonnieren oder ab nochmal abonnieren sondern nur abonnieren also alle neuen und nicht alle wo schon waren und noch mal werden wollen das ungefähr gegen andere dann sage ich mal bis morgen und ciao